Also heute ganz freundlich. Du sagst das nur damit die Monster dich leben lassen. Damit hat das Abend doch auch angefangen, dass ich als Crewmate mit neun Spielen rausgekommen bin. Was steht wieder so unordentlich hier gerade? Bye bye! Also das war eigentlich ein Scherz, aber okay. Wo war denn grad jeder? Ganz alleine in Navigation. Wir können jetzt endlich mal eine Runde spielen. Keiner hat was gesehen, keiner hat was gehört. Wir skippen und spielen weiter. Nein, lass doch mal jetzt darüber reden. Mew ist da raus, deswegen ist schon mal ein Imposter weg. Wo war die Leiche denn? Ich war oben rechts. Du bist nicht die Leiche. Wo war die denn jetzt? Mew ist nach links gegangen. Und? Ich hab nur Mew gesehen, ich bin dann runtergelaufen. Okay, weil die Leiche liegt in Mad Bay. Okay. Das kann da nicht gewesen sein. Aber ich hab dich durchsprinten sehen. Ich bin jetzt gerade in Edmund. Wohin hast du mich durchsprinten sehen? Ach, bin das auch gerade hier drin? Habe ich gar nicht gecheckt. Wohin hast du mich durchsprinten sehen? Drei Leute sind in Weapons gerade. Raupi ist auch raus. Kannst du das bestätigen, dass Nadine da auch ist? Nee, ich hab nicht so drauf geachtet. Also ich bin mit Grün runtergelaufen. Grün ist weiter Nassau, ich bin in Admin rein. Hä, Raupi sagt doch, er ist in Admin drin. Im Anfang stimmt das aber, was sie sagt. Ich hab Wirefixing da gemacht und ne Storage im Gang. Und dann bin ich Admin. Wo ist Cyber? Immer noch, ganz rechts in Navigation, Mutterseelen allein. Hast du das gesehen, Raupi, das Navigation anhört? Mein Gehirn funktioniert nicht, ich hab keine Ahnung. Sorry, tut mir leid. Hä, aber du wusstest noch, dass drei Leute mitflasen. Ja, weil's so augenscheinlich war, dass drei Leute jetzt mitflasen waren, zwei in Weapons, mehr konnte ich nicht mehr. Händer hast du den Braun zum Beispiel gesehen? Ja, Raupi, Nadine. Die Cyber. Unsere Immerseher-Wingsh사도 Schökepist Schökepist Los gingen Untertitelung des ZDF, 2020 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 Untertitelung des ZDF, 2020